So, da bin ich auch schon wieder und ja, es ist merkwürdigerweise wieder asynchron geworden. Ich verstehe es nicht, ich kann es mir echt nicht erklären, Leute, warum das passiert. Ich mache meine Angst-Cuts und die mache ich sogar oft genug, das habe ich ja in den Aufnahmen auch selber gesehen, beziehungsweise bei der Flaps-Datei, aber trotz alledem kommt eine gewisse Asynchronität rein. Nein, ich verstehe es nicht, ich versuche noch mehr Angst-Cuts zu machen. Ja, so, spiel. Spiel, könntest du dich jetzt bitte... Eine Sekunde, das geht ja so nicht. So, jetzt sollte das ganze Spiel auch wieder ein bisschen besser laufen. Und wir haben nur noch zwei Kammern vor uns und ich mache jetzt mal eine kleine Ankündigung. Nachdem ich das Spiel durch habe, werde ich dann nochmal durchgehen. Ich werde das Ganze sogar nochmal aufnehmen, aber dann mit der englischen Sprache, denn viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich das Spiel doch nochmal in Englisch durchspiele, weil da die Sprüche wohl geiler sein sollen. Überraschung! Wir machen's super! Du Arsch! Hey, was muss man dir lassen? Für einen kleinen Tortell, dessen Lebenszweck idiotische, undurchführbare Pläne sind. War das eine gute Falle? Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich hab zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. So einfach kriegst du mich nicht. Haha, ja, wir haben Errungenschaft gekriegt und... Nein, du kriegst mich nicht mehr lebend. Und ich glaub, ich weiß auch, woran das... Nein, ich komm nicht so... Ich glaub, ich weiß, woran das mit der Asynchronität liegt. Wir haben die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar Mann, kein Problem. Und dann kommst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Keine Ahnung. Weit weg auf jeden Fall. Äh, blau. Blaues Potter! Mir ist aufgefallen, dass du nichts bekommst. Ich bin enttäuscht. Tja. Wow! Äh, wow. Jetzt geht er aber wirklich ab hier. Ähm... Ja, die Asynchronität scheint wohl daher zu kommen, dass ich ja jetzt ein anderes Renderprogramm benutze und da muss ich wohl noch ein paar Einstellungen treffen. Aber das werde ich noch ausbügeln. Beziehungsweise werde dann die Folgen so rendern. Ich rendere sie noch am Stück und das ist wahrscheinlich der Fehler. Das heißt, äh, ab jetzt sollte eventuell keine... Oh, ich hoffe es. Drückt mir die Daumen. Ansonsten in der englischen Fassung wird dann nochmal alles, äh, aufeinander passen. Auch wenn ich natürlich dann weiß, wie der, äh, wie der, wie das zum Teil geht. Aber, äh, das ist ja egal dabei. Ähm... Ja. Moment, war ich jetzt zu langsam, oder? Könntest du jetzt bitte aufhören, immer alles zu zerstören, wo wir lang wollen? Oh, es bleibt mir anderes übrig, wa? Oh, 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 oh. So, einfach nicht. Nein, das sind die, die anscheinend kaputt sind. Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. So. Was? Ähm, vielleicht haben die Türme gelernt, Würge-Eisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Du hörst leises Töten, ja, okay, äh. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Nein! Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiedener Körper aus dem Raum, das war... Ah! Gott! Äh, ja, das war mein Fehler, scheiße, da bin ich falsch runtergesprungen. Aber dieser Kasten sei interessant aus, den nehm ich mit. Oh, die Musik ist einfach nur so... Geil. Och Gott, ja, komm mal schneller hier. Schade, ich dachte, ich könnte das so viel auskissen, als ich schneller bin, aber... Ne, das geht leider nicht. So... Dann gehen wir nochmal hier rein. Hier ist nix mit der Todesfalle. Weg mit euch. Nein, sie tun nichts. Aber ist mir egal, ich schmeiß sie trotzdem um. Zu Vorsicht. Sie rühren dich in aller Stille um. Vermutlich, würde ich mir so denken. Ähm. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiedener Körper aus dem Raum, der sagt... Oh nein, das waren ja fehlerhafte Türme. Tja. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Beschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Ey, so kriege ich euch nicht erwischt. Moment mal. Okay, drunter herlaufen, keine gute Idee. Da hinten, auch nicht. Moment. Wir können doch einfach... Bin ich doch viel zu niedrig, ihr könnt mich nicht sehen. Aua, 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 okay, okay, okay. Könnt mich doch sehen, ihr kleinen Schweinchen. Das ist nicht nett. Nein, aus. Aus. Äh, okay. Machen wir es einfach so. Hui, Nummer 1. Hui, Nummer 2. Hui, Nummer 3. Tschüss. Und ich glaube, wir müssen auch darüber. Also hinterher. Oh, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Jetzt hat mich sowas erwischt. Ich bin endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Nein, ich halte nicht still. Sag mal, hast du einen an der Waffel oder was? Kannst du vergessen, ich gehe da nicht durch. Oh, hey, die fasst schon mit dir. So leicht kriegst du mich nicht. Wo steckst du? Komm zurück. Nein, ich komme nicht zurück. Hahaha. Kriegst mich niemals, wenn ich es vermeiden kann. Nur ein bisschen. Oh, oh, hat das nicht umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Nö. Not really. Hallo? Oh, 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 oh. Ja, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Äh, du machst Platsch, Platsch. Haha. Das ist jetzt schon wieder. Hihi. Das ist eine geile Idee. Und Platsch. Nein. Aber jetzt. Platsch. Ja. Und? Da muss noch eins hin. Ein bisschen höher. Ja, sehr schön. So viel dazu. Den Türmen. Tja, nur wie komme ich jetzt darauf? Hm. Ich würde gerne wieder auf die andere Seite gucken. Ah, egal. Gehen wir halt eben anders rüber. Moment. Was kann ich da machen? Ist hier noch was? Ah. Tada. Kottung. Ähm. Moment mal. Sollte ich hier hin? Sieht so aus, ja. Hier war ich glaube ich noch nicht. Nein. Da könnte ich mich dran erinnern. Wie, 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 wie. Wie, 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 wie. Da ist jemand sauer, weil ich ihm entwische. Da ist jemand sauer, weil ich ihm entwische. Ich bin echt gespannt, wie, wie der Endboss abläuft. Also der Endkampf. Der ultimative, der letzte Fight. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann zehn Jahre in der von mir geschaffenen Kammer. In der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Klingt nach dem Plan. So, was hast du jetzt ausgelöst? Ah. Okay. So. Äh, nee. Das war fast richtig. So. Und drüber. Oh, muss er sich ihm gerade schwarz ärgern. Dass wir hier einfach so durchgehen. Gut, da geht's weiter. Das Praktische ist, dass er die Türen irgendwie nicht ganz so kontrollieren kann. Und wir deswegen einfach weitergehen können. Lass mich raten. Auf diesem Förderband bin ich so gut wie tot. Egal. Nein. So einfach nicht hier. Das hätten wir. Jetzt hab ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal. Aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Du bist ja guttödlich. Und, ähm, ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen. Das heißt ja wohl, nein. Nein. Da hab ich's ein Problem mit. Deswegen machen wir das hier einfach so weiter. Oh Gottchen. Ich muss doch nicht immer alles auseinandernehmen. Was zum Teufel ist? Wow. Was ist denn da hinten so? Seh ich etwa... Ich seh Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels. Da will ich hin. Wie auch immer. Das weiß ich noch nicht. Aber, ich weiß, dass ich dorthin will. Kann ich hier noch was auslösen? Nö. Momentchen mal. Wir müssen auf jeden Fall dort hoch. Ähm. So, nochmal neu setzen. Zur Vorsicht. Lass mich raten. Ich muss hier runterspringen. Ähm. Nein. Das Loch ist einfach so da. Hä? Wie soll das denn? Bitte schön. Ne. Da hinten kann ich auch nirgends vorwärts festmachen. Sonst war ne Möglichkeit? Ich seh gerade keine. Oder muss ich etwa... Testen wir es mal. Nein. Das sieht irgendwie nur ein bisschen komisch aus. Aber das war es auch. Hm. Wie soll das jetzt funktionieren? Äh. Moment. Muss ich hier etwa das nochmal auslösen? Aha, vielleicht. Ja. Ich habe eventuell eine Möglichkeit. Aber ne. Das explodiert ja dann auch immer sofort. Wobei doch, wenn wir es genau dazwischen halten, dann passt das eigentlich. habe ich. Okay. Machen wir dich hier noch blau. Ach ne. Oder? Ich muss es versuchen. Ich muss es einfach versuchen. So. Da entgegenlaufen. Au. Ne. Das auffangen, das ist nicht. Hä. Ach, natürlich. Wie behämmert einfach. So. Rup. Da ist Nummer zwei und... Flieg! Da rein. Sehr schön. Oh oh. Das kann... Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Wie sollte ich auch? Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler hat auf dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hatte mein Leben lang Stimmen. Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ganz im Ernst, ich glaube etwas stimmt nicht mit mir. Etwas? Sehr viel stimmt nicht mit dir. Aber ich mag dich trotzdem mittlerweile. Wow, was ist das?